So, jetzt habe ich Zeit für meine neue Kurzgeschichte. Also. Der Zug nach Indien. Mary war eigentlich kein großer Fan von Reisen. Doch ihre Freundin Cindy machte einen Urlaub in Indien und hatte Probleme, sich dort alleine zurechtzufinden. Sie rief Mary an und fragte, ob sie nicht auf ihre Kosten anreisen möchte, damit sie ein bisschen gemeinsam den Urlaub verbringen können. Okay, erst weg. Ah, wo sind wir stehen geblieben? Ach, genau. Okay. Mary sagte natürlich sofort zu und packte ihre Sachen und stieg in den Zug. Auf ihrer Reise in das Herz von Indien machten sie einen Zwischenstopp in Neu-Delhi und was dort geschah, war ihr vorher überhaupt gar nicht bewusst. Ein in ihren Augen wahnsinnig erotischer, stark behaarter Mann. Er sah aus, so wie sie sich immer die Krieger aus den römischen Gladiatorenfilmen vorstellte, bestieg den Zug und berührte sie an Stellen, mental natürlich vorerst, mit denen sie nicht gerechnet hatte. Sie war eigentlich kein Fan indischer Männer, doch dieser Mann... Na, geh doch an. Es begab sich zu einer Zeit im Mittelalter. Eine Frau, ein Pferd und ein tapferer Ritter begaben sich auf eine Reise nach Camelot. Und wer war dieser Camelot? Hatte er viele Kamele? Hieß er vielleicht Camel-A-Lot? Hatte seine Frau einen Kamelzee und war deswegen ständig unter Beobachtung gierender Bauern, die draußen vor den Burgmauern warteten, um dort zu rapen. Oh, alles klar. Schöne Geschichte. Nun, es war nicht immer das Problem, dass auch zu viele Ziegen da waren. Es war eigentlich das Problem, dass der Autor dieser Kurzgeschichten hier keinen Zusammenhang fand und deswegen einfach merkwürdige Sätze in den Raum warf, um in irgendeiner Art und Weise den Ton zu füllen. So, ich muss hier... Kreis machte in seiner Zelle merkwürdige Masturbationsbewegungen. Roland, das Pferd, oder auch Harry Hengst als Künstlername genannt, war sehr erfahren und rat Mary dazu, eine gewisse Tube an speziell angerührtem Gleitgel zu benutzen. Mary fand diese Idee anfangs ziemlich idiotisch. Geschichte zu Ende. Okay, also. Der Hobbit und sein kleiner Bilbo. Der kleine Bilbo und sein Dildo gingen durch den Wald und suchten Wilbo. Wilbo war ein kleiner haariger Zwerg, dessen Haare nicht auf, sondern unter den Füßen wuchsen. Außerdem hatte er einen extrem ausgeprägten Faible für haarige Rücken. Steve und die Wunderlampe. Es war ein kleiner Prinz namens Steve und Steve ging gerne in der Wüste spazieren. Sein Vater war ein arabischer Priester mit der Konvention Neo-Apostolisch-Katholisch-Nazi-Kommunismus. Das war seine Bestimmung und genau deswegen hatte er Probleme damit, seine Füße zu sehen. Das Auto der Liebe. Mary fuhr auf der Autobahn und war total fasziniert davon, wie viele attraktive junge Männer in Sportwagen, in Baustellen viel zu schnell fuhren und damit ihren Wut, äh, ihren Wagemut und ihre Intelligenz bewiesen. In ihren Augen waren das alles sehr schlaue Menschen. Da kommt Jacques. Jacques kommt. Jacques, die blöde Wache. Jacques war eine ziemliche Arschlochwache in einem ziemlichen Arschlochgefängnis mit ziemlichen Arschlochgefangenen. Doch Jacques hatte ein Problem. Er war süchtig nach Sexgeschichten, die die Knastis ihrer Fantasie entspringend selbst in ihren Zellen produzierten. Er wusste nicht... Oh, warte. Moment, bevor ich weiterschreibe. Hey. Shit, ich hab was... Ja. Er wusste nicht, ob diese Geschichten der Gefangenen aus ihrer Fantasie oder aus ihrem echten Leben mit ihren echten Verbrechen entstanden. Doch jedes Mal bekam er beim Lesen eine harte Latte. Außerdem fand er Männer mit haarigen Rücken sehr attraktiv. So. So. Mary und der Bus. Mary wartete an der Bushaltestelle wie jeden Tag, um zur Arbeit zu fahren. Sie traf jeden Morgen die ein und dieselbe Freundin, die ihr Geschichten erzählte, wie toll ihr Wochenende war und wie sie gefeiert hat und wie sie die ganze Woche auf dem Bauch geschlafen hat, weil sie das ganze Wochenende die Decke gesehen hat, da ihre Füße sowieso nur in der Luft hingen und sie auf dem Rücken lag. So. Ähm. So. Also. Das Krokodil und sein Nilpferd. Ja, die Vorlage von Bud Spencer und... Okay. Also. Der Priester und der Rennfahrer. Es war einmal ein Rennfahrer. Dieser Rennfahrer hatte einen sehr schweren bis mittelschweren Unfall und eine schwere bis mittelschwere Verletzung. Und, oh. Und ziemlich viele Haare auf dem Rücken laut dieser Geschichte. Ähm. Okay. Neue Geschichte. Äh. Der Elefant und der Zoo-Wärter. Es begab sich im Jahr 1908 und 1934. Da, äh, war ein Zoo-Wärter und sein bester Freund, der Elefant, eingeschlossen, gemeinsam in ein... Okay, das war's. Leute, zum Glück muss ich die Dinger nie zu Ende schreiben. He, 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 he. Ja, gar nicht. Ah. Der chinesische Suppenverkäufer. Es war einmal ein kleiner chinesischer Suppenverkäufer, der immer eine Latte bekam, wenn jemand eine Suppe für genau 7,72 Dollar kaufte. Und wenn das so war, konnte er sich selbst nicht erklären. Er hatte schon in jungen Jahren ein Faible für genau diese zwei. Also, ah, der Vater, der gern furzte. Er war ein Mann, der furzte gern und drückte seine Frau danach unter die Bettdecke im Schlaf natürlich und lachte sich darüber kaputt. Zum Glück werden die Geschichten schneller fertig, weil irgendwann, Freunde, fällt auch dem verrückten Geiste des Kreises nicht mehr so viel ein. He, 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 he. Ah. Ihre erwartungsvolle Haltung verriet ihm, dass sie bereit war, seinen Hammer in voller Liebe und Leidenschaft zu empfangen. Die Liebe stand dabei nur an zweiter Stelle. Es waren Triebe, die befriedigt werden mussten. Würde jetzt ein Gesetz erlassen, was verbietet, Jeanshosen zu tragen, könntest du, weißt ich nicht, gehst halt nachmittags durch die Stadt, sagst, hey, Jeanshosen sind verboten, du kommst jetzt in den Knast. So, könntest alle einsperren, unterdrücken, weil du einfach sagst, ist verboten. Wenn einer fragt, warum, ja, keine Ahnung, ist halt so. Und das war's, die Geschichte von der verbotenen Jeanshose. Viele Menschen freuten sich an dem Tag, als die Jeanshose verboten wurde, denn nun war es ihre Bestimmung, endlich unten ohne Partys den ganzen Tag zu feiern und zu veranstalten. Die Geschichte von der Socke und dem Fuß. Ach, es war einmal ein kleiner, einsamer Fuß, der wie alle anderen Füße auch gerne mal einmal in seinem Leben in eine echte Socke gesteckt werden würde. Tja, das einzige Problem war, dass es nur Socken in Größe 43 gab, die noch frei waren, aber er war ein Fuß von enormer Schuhgröße. So, haha. Äh, Ruben und sein Dickelig. Ruben hatte einen sehr geschwollenen und stark verletzten Dickelig. Äh, das einzige Anzeichen für... Oh, okay, ähm. Äh, Barbara und ihr Schambehaar. Barbara hatte Schamhaar in der Länge von 26 Zentimetern, welches selbst für das Guinness Buch der Rekorde ultimativ widerlich und... Na, okay. Doch ein Schlüpfer hatte ein Problem. Alle hatten eine braune Spur. Nur dieser eine hatte eine rote Spur. Und deswegen mussten sie herausfinden, in einer Art Werwolf-Spiel, wem der rote Schlüpfer gehört. So, machen wir das zu. Also. Vater Ibrahim und Schlomo die Katze. Das war einmal eine kleine Katze, die hieß Schlomo. Und der Besitzer hieß Bruder Ibrahim. Bruder Ibrahim war, äh, Anhänger eines jüdischen Kardecenklosters, in dem die Mensch... Okay, leider kann ich es nicht zu Ende schreiben, Freunde. Nicht mehr genug Platz auf der Seite, aber egal. Der Pfarrer und das Pflegepferd. Es war einmal ein kleines Pferd namens Jimbo Langschwanz Johnson. So. Kurze Haare, aber Pferdeschwanz war sein Motto. Oh, ähm. Der Druck der Gesellschaft. Ein kleiner Junge namens Timtom, Timmitü, hatte sehr großen Druck aus der Gesellschaft und auch sehr großen Druck im Darm. Das eine führte immer wieder zum anderen. Und aufgrund des Drucks... Naja, gut. Okay, Darmgeschichten sind jetzt nicht die besten, aber verkaufen sich im Knast recht gut. Das ist Kreiszelle. Und mehr sage ich dazu nicht. So. Die Zelle des Kreisels. Umgeben von einer Schlucht, der es gleich war wie ein Wassergraben um eine Ritterburg, befand sich ein König, dessen Hoden Gold gefärbt und dessen Würstchen... Okay. Keine Geschichte mehr über das Würstchen? Keine Geschichten über Würstchen. Donnerstag, der 26.04.1034. Vater Abraham kam heute rein und verbot die offizielle Werbung für Würstchen. Egal ob im Ziegendarm, Rinderdarm, Schweinedarm, Dickdardarm, Dündardarm, Donnerdardarm... Okay, fertig. Mir ist gerade nichts mehr eingefallen. Ach ja. Der spitze Springreiter. Oder auch die Geschichte des vollbusigen Bernhards. Der vollbusige Bernhard war kein glücklicher Junge. Er wuchs auf in einem Trailerpark in den Anden von Nepal. Denn dort sind sie bekannt. Schreibt die Geschichte fertig. Und den Stift mal neu greifen. So. Ähm, ja. Der Hund und sein kleines Leckerli. Ein kleiner Hund wollte kein Trockenfutter mehr und begab sich auf die große Reise über den Bauernhof, um dort ein fleischiges Stück Fleisch zu finden. Okay. So war's schon. So. Rein damit. Alles klar. Karl-Heinz Rumgefummel. Sein Name war Karl-Heinz und er fummelte gern. Er war 24 Jahre im Gefängnis verurteilt, denn er hatte die Blaubeeren seiner Großmutter gestohlen und sich vorne in die Struller-Scharte geschoben. Und... Naja, okay. Schöne Geschichte. Ich hoffe, die passt da noch rein. So. Bobby und seine ungewaschene Woche. Bobby mochte es nicht so sehr, wenn man ihn häufig wusch. Doch manchmal war er ganz wuschig und sagte, hey, kannst du mir nicht meinen haarigen Rücken mit Sonnencreme einbalsamieren? Und ich sagte, ja, natürlich. Ach ja. Und er schrieb die Geschichte, während er wartete auf die Knechtschaft der Knechtschaften. Die Lampe, sie kam noch nicht um die Ecke, denn die Lampe steckte in einem Rektumsähnlichen Zustand fest. Habe sie da drin? Äh, Blas-Fla, Blas-Tra. Blas-Fla, Blas-Tra-Fla, Tra-Fla. Blata-Pa-Bla. Blas-Tra-Bla. Blas-Fra. So redet unser Freund Hashtag morgens immer. So, guck mal, kann ich es direkt in die Box tun? So. Ich male einen Schniedel. Ich male einen Schniedel. Es war die Geschichte vom kleinen Schimpansen Pimbuli, der mit seinem kleinen Knuffelschwanz einfach nirgendwo ernst genommen wurde. Das hätte ich vorher vielleicht auch gemacht. Wilson und die Nacht, in der er Ziegenkäse aß. Wilson aß sehr gerne seinen Käse, vor allen Dingen, wenn er aus der Ziege kam. Aber wie kam der Käse aus der Ziege raus? Das ist eine Frage, die wir in dieser Geschichte nicht klären können. Das ist die Geschichte, in der wir klären, wie man Ziege aus einer Käse bekommt. Wie man Käse aus einer Ziege bekommt. Man muss natürlich die Ziege erstmal extrem schütteln. Auf eine Rüttelplatte. Okay, das reicht jetzt aber dann auch als Anleitung. Den Rest könnt ihr euch selber vorstellen. So, ich male große Kreise. Ich male große Kreise. Guck mal. Mama, ich male große Kreise. Ja, das machst du gut. Guck mal. Guck mal, ich habe eine Schnecke gemalt. Da ist eine Schnecke. Dieser wunderschöne Nippel. Der Elefant ohne Rüssel befand sich in der Steppe und lief mit ein paar Gnus. Okay, das haben wir auch. So. Geschichten aus dem Paulaner Schrank. So einmal in einem kleinen Schrank. Eine einsame kleine Socke, die sonst nur als Onanierhilfe genutzt wurde. Doch heute war ihr Auftrag ein größerer. Endlich wollte ein Mensch sie mal über ihren Fuß stülpen. Sie war sehr glücklich. Sie war sehr glücklich. Doch dann war die Geschichte vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. banm